Moin ihr Lieben, Tag 27. Schon ganz schön lange, wenn man darüber nachdenkt. Das ist schon fast ein Monat. Aber uns wird nicht langweilig. Glücklicherweise. Und das Wetter ist total schön. Euch wird es sicherlich auch gefallen, wenn ihr hier sein könntet. Das geht aber leider noch nicht. Aber wir drücken die Daumen, dass es bald geht. Ich habe heute ein paar schöne Bilder vom Osten der Insel von euch. Vom Ostende und von der Meierei. Und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Viel Gesundheit, vielen lieben Dank. Und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.